Hallo und willkommen zu einem weiteren Jurassic World Evolution Mod Vorstellungsvideo und heute schauen wir uns mal gemeinsam diese Mod an. Das ist ein Paracera-Therion. Das kennen wir ja alle von Ark und PixArk sogar. Habe ich gestern noch gezähmt in PixArk? Hat ungefähr die gleiche Körperform, Größe und Haltung wie der Kamara. Aber deswegen war das, glaube ich, gar nicht so schwer, den hier einzubringen in das Spiel. Sehr, sehr bulliger Körper, den kennt man ja auch. Der Stummelschwanz hier sieht ein bisschen weird aus. Aber trotzdem, das Model gefällt mir super. Die Animationen und Bewegungen sind natürlich auch klasse, weil es halt einfach von der Form her quasi identisch ist mit dem Kamara. Ich merke auch den Schnabel hier vorne so ein bisschen, diesen Schnabelmund. Die Öhrchen da auch. Oh, ist schon cool. Ich finde, der würde auch noch sehr, sehr gut in unsere Arctic Jurassic World passen. Vielleicht füge ich den ja nochmal nachträglich oder so ein. Weil das ja, glaube ich, nicht so das Eiszeittier war, ne? Ich glaube, der lebt zumindest in Ark eher so in diesen dschungeligen Gebieten. Der Hals sieht ein bisschen weird aus. Gerade, wo er frisst. Schon ein bisschen komisch aus, oder? So faltig. Wie so eine Ziehharmonika. Wir können es dir mal genauer angucken jetzt. Also, so sieht der Kopf aus. Sieht doch ziemlich cool aus. Der Schnabel, die Öhrchen. So, das ist hier nicht ganz so sauber, muss man sagen. Die Ohren hier oben, die sind einfach so ein bisschen langgezogen, sehen die aus. Und auch, der Hals sieht ein bisschen weird aus. Aber so vom Weiten sieht das bestimmt richtig nice aus. Ja, es ist schon cool. Wundert mich, dass wir den jetzt erst bekommen als Mod. Hätte ich mir so gedacht, der kommt bestimmt eher. Sieht aber richtig gut aus, wie der frisst. Wieder so nach oben schnappt, an den Blättern. Dann gefällt mir. Nur das hier ist echt halt ein bisschen komisch. Und natürlich der Schweif. Der ist wahrscheinlich auch starr. Weil der Kamara-Schweif, der ist halt so ein bisschen länger und bewegt sich sehr viel. Würde wahrscheinlich komisch aussehen, wenn der sich hier auch so komisch bewegen würde dann. Deswegen ist der wahrscheinlich so starr. Das hier ist jetzt nochmal ein weiterer. Im Dschungelmuster. Oh, wie bullig dieser Hals auch aussieht. Schon cool. Farbe sieht auch super nice aus. So rötlich. Gefällt mir echt gut. Die Mod. Die ist übrigens von diesem Mod-Ersteller. Den blende ich mal für euch ein. Beim Trinken könnt ihr ihn jetzt auch nochmal beobachten. Während im Hintergrund noch weitere freigelassen werden. So sieht das aus. Ist natürlich auch perfekt, ne? Wie er sich hier beugt, das sieht super aus. Und wie er trinkt, sieht auch richtig gut aus. Auch die Mundbewegung. Das ist echt toll. Da kommt der andere gerade gelaufen. Ja, das ist schon schön. Ich wünsche mir wirklich mehr von diesen Urzeitwesen, dass die reingemoddet werden in das Spiel. Aber mit solchen Kreaturen mal einen Park zu bauen, wäre echt interessant. Wir haben ja mittlerweile echt schon wieder viele neue, ne? Den Dimetrodon, dann hier den Paraceratherium. Da gibt es schon viele, ne? Mammut. Äh, Wollnashorn. Da sind schon einige ins Spiel gekommen. Kann man dann auch wirklich mal interessante Parks bauen, wo nicht direkt Dinosaurier drin sind. Okay, was ich jetzt nochmal anmerken kann, ist, dass die verschiedenen Skins wirklich sehr cool aussehen. Der ist so hell mit grau. Dann haben wir hier nochmal einen weiteren. Der ist eher so ein bisschen, ja, grau-grünlich leicht, so ein bisschen beige mit drin, braun. Die sehen schon echt cool aus. Alle sehr unterschiedlich. Aber sie sehen alle gut aus. Gibt natürlich noch weitere Skins. Ich glaube drei Stück oder so, die ich jetzt nicht freigelassen habe. Aber die könnt ihr dann auch selber ausprobieren. Die Mod ist natürlich in der Videobeschreibung unten verlinkt. Schon ein schönes Bild, ne? Kann man nicht anders sagen. Auch so vom Weiten rausgesoomt. Das hat schon was. Ja, Leute. Und so ein Video muss natürlich wieder mit einem Angriff von einem Indominus Rex enden. Ich weiß ja, dass ihr alle Blut sehen wollt. Da habt ihr euer Blut. Und jetzt dürft ihr dafür auch ein Like da lassen. Würde ich mich sehr drüber freuen. Das war auf jeden Fall die Paraceratherium-Mod für Jurassic World Evolution. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy. Dandy. Körbys verse. Dandy.